Willkommen in Neckars-Ulm. Wir fahren heute den neuen Audi RS7. 4 Liter TFSI-Motor mit 560 PS, 700 Newtonmeter, das heißt 3,9 Sekunden im Sprint von 0 auf 100. Wir freuen uns darauf. Audis Fantasie sind auch in der RS-Familie keine Grenzen gesetzt. So lassen die Ingolstädter ihrem Power-Kombi, dem RS6 Avant, jetzt den schärfsten Vertreter der A7-Reihe folgen. Ein nobles Coupé mit 5 Türen, Komfort ohne Ende und bestückt mit dem starken Herzen des fliegenden Avant. Markantere Stoßfänger, eine modifizierte Front mit Wabenstruktur, Alu-Komponenten oder der ausfahrbare Spoiler im Heck und die großen Endrohrblenden verraten etwas von der Potenz, die in diesem Edel-Coupé steckt. Und die beginnt bereits im Innenraum. Hier wurde in Sachen Komfort noch einmal nachgelegt. Verwöhnt werden Fahrer und Beifahrer von Sportsitzen, die es auf Rezept geben sollte. Edel, gewissenhaft verarbeitet und fein die Materialien. Ob Carbon als Dekoreinlagen oder Aluminium bei der MMI-Navigation und der Pedalerie. Dazu ein abgeflachtes Lederlenkrad und eine 4-Zonen-Klimaautomatik. Imponieren kann das Wechselspiel der Charaktere dieses Coupés. Von gediegen gelassen bis zum bösen Biest reicht sein Repertoire. Säuselt der V8 gerade noch gutmütig und fast gelangweilt, dahin bricht es brachial aus ihm heraus, sobald der Dynamikmodus gewählt wurde. Wer es darauf anlegt, den katapultiert der V8 B-Turbo mit seinen 560 PS in nur 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Wer mag, kann das muntere Beschleunigungsspiel weiter treiben bis auf 305 kmh. Auch am Drehmoment herrscht kein Mangel. 700 Nm stehen zwischen 1750 und 5500 Umdrehungen stets zu Diensten. Der neue Audi RS7 ist wie erwartet sehr sportlich. Dennoch verbraucht das Auto laut Angaben des Herstellers nur 9,8 Liter auf 100 km. Dies liegt unter anderem an konsequentem Leichtbau und modernster Motorentechnologie inklusive Zylinderabschaltung. Hinzu kommt eine Acht-Stufen-Automatik, bei der die ersten 7 Gänge besonders kurz und straff ausgelegt sind, was dem sportlichen Fahren zugute kommt. Und die achte Stufe ist besonders lang ausgelegt und sorgt so für geringeren Spritverbrauch bei ruhiger Fahrt oder längeren Autobahnfahrten. Für das perfekte Wechselspiel zwischen Langstrecken, typischem Komfort und sportlichem Einsatz sorgen zahlreiche Komponenten des Allradlers. Angefangen beim ausgeklügelten Fahrwerk über die adaptive Luftfederung bis hin zu der speziell ans Straßenzustand, Fahrerstil und Fahrmodus angepassten Dämpfung. Eine besondere Raffinesse ist das alternative Sportfahrwerk Plus mit Dynamic Ride Control. Hierbei sind die einstellbaren Dämpfer diagonal über Ölleitungen miteinander verbunden. Ein Zentralventil reguliert den Ölstrom und unterdrückt so die Wankbewegung bei Kurvenfahrt und das Nickverhalten beim Bremsen. Auf das Kraftpaket perfekt abgestimmt ist auch die Lenkung. Egal ob serienmäßig elektromechanisch oder auf Wunsch als Dynamiklenkung mit variabler stufenloser Unterstützung. Der Maßanzug passt. Alleaban familia CHRISTIAN Warner Schausauf tonight Schaus Movnis Schaus班 Schaus 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 Schaus